Meine aufmerksamen Zuschauer und Zuseherinnen erinnern sich. Immer wieder Thema war bei Bomb Voyage Operation Luxor. Operation Luxor war eine Polizeiaktion in Österreich, die sich gegen muslimische Mitmenschen gerichtet hat. Mit der Begründung, dass es sich hier um Hamas-Unterstützer und um Unterstützer der Muslimbruderschaft handelt. Das Ganze hat so ausgeschaut, dass ich glaube bei 70 Menschen die Wohnungen und Häuser gestürmt wurden. Um 4 bis 5 Uhr früh mit Waffen, Anschlag und teilweise Wohnungstür eingetreten. Und dann reinmarschiert in die Wohnung, die Männer am Boden gehauen, sich draufgekniet, Waffe im Anschlag. Volles Programm. Und das hat mich von Anfang an empört, weil da Leute dabei waren, die ich kenne, persönlich kenne. Und wo ich weiß, wo ich ohne irgendwas sofort, man sagt, die Hand ins Feuer legen würde, für ein paar von diesen Leuten zumindest, die ich persönlich kenne. Unter anderem war dabei der Farid Hafez, international anerkannter Wissenschaftler, unterrichtet in Salzburg an der Universität, unterrichtet in Washington an der Universität, ein Kappazunda. Und weil er sich, weil er zu Rassismus forscht, weil er zu antimuslimischem Rassismus forscht, ist er halt vielen Menschen ein Dorn im Auge. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch zu dieser, dass er deshalb auch bei der Operation Luxor ins Fadenkreuz kam. Und jetzt schauen wir mal, was der Standard schreibt. Gericht erklärt Razzien gegen Muslimbrüder teilweise für rechtswidrig. Die Hausdurchsuchungen bei neun Beschuldigten in der Causa hält das Oberlandesgericht Graz für rechtswidrig. Am 9. November führte die Exekutive eine groß angelegte Razzia gegen angebliche Muslimbrüder durch. Lange, lange war es ruhig um die Hausdurchsuchungen bei angeblichen Muslimbrüdern, die im vergangenen November, eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien, erfolgten. Nun lässt das Oberlandesgericht Graz mit einem Beschluss aufhorchen, der dem Standard in voller Länge vorliegt. Demnach waren die Hausdurchsuchungen bei neun Beschuldigten in der Causa rechtswidrig. Die Betroffenen hatten gegen die Zwangsmaßnahme Beschwerde eingelegt und bekamen Recht. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Laut Gericht reichte der Verdacht gegen die Betroffenen nicht aus, um die Durchsuchungen durchzuführen. Das bedeutet nicht, dass die restlichen Hausdurchsuchungen rechtmäßig waren. Doch nur diese neun Personen reichten laut Auskunft des Oberlandesgerichts Beschwerde ein. Das heißt, dass bei den anderen wahrscheinlich auch, dass das nicht rechtmäßig war, nur haben sich die nicht beschwert. Scharfe Kritik. Das Oberlandesgericht Graz kritisiert die Durchsuchungen in seiner Begründung durchaus scharf. Die Verdachtsannahmen dürfen sich nicht in Mutmaßungen und Spekulationen erschöpfen, sondern müssen sich aus einer Bewertung zugänglichen Beweisergebnissen ableiten lassen, heißt es an einer Stelle. Bei einem Verdächtigen gehe die These, dass eine bestimmte Moschee unter dem Einfluss von Muslimbrüdern stehe, über Mutmaßung nicht hinaus. Das muss man sich vorstellen. Ein Grund, dass bei dem eine Hausdurchsuchung war, ist, dass er in eine Moschee geht, die angeblich unter dem Einfluss der Muslimbrüder steht. Der anonyme Hinweisgeber, auf den sich die Ermittlungen maßgeblich stützen, habe keine Tatsachenwahrnehmungen geäußert. Etwa, dass er gesehen hätte, dass dieses oder jenes passiert sei. Das Ganze war ein anonymer Hinweisgeber. Niemand kennt ihn. Der hat die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass der Typ angeblich irgendwas mit den Muslimbrüdern zu tun hätte. Vielmehr habe er primär Einschätzungen geliefert. Auch Gutachten, die von der Staatsanwaltschaft Graz eingeholt wurden, werden kritisch gesehen. Die Namen von diesen Gutachtern werden nicht genannt. Die sind sehr klagefreudig. Ich kann aber jetzt schon garantieren, dass da noch sehr, sehr vieles rauskommen wird, was diese zwei Herrschaften betrifft. Familienhaftung sei keine geeignete Methode. Das Gericht befindet außerdem, dass gemäß Verfahrensergebnissen ein Hinweis dafür fehlt, wonach jeder Muslimbruder gleichzeitig auch ein Mitglied oder Förderer einer terroristischen Vereinigung mit entsprechender Zweckausrichtung, insbesondere der Hamas, sein könnte. Und verweist auf die Vielfältigkeit der Strömungen innerhalb der Gruppierung. Bezüglich Verdachtsmomenten, die auf familiären Verhältnissen basieren, hält das Gericht fest, dass Familienhaftung für sich allein aus Sicht des Beschwerdegerichts ganz grundsätzlich keine taugliche Beweisführungsmethode ist. Das heißt, da wurden bei Menschen Hausdurchsuchungen gemacht, weil irgendwer aus der Familie angeblich den Muslimbrüdern oder der Hamas nahesteht. Das nennt sich Sippenhaftung und die wurde eigentlich mit dem Ende des Nationalsozialismus abgeschafft. Die Muslimbruderschaft ist in Österreich nicht offiziell als Terrororganisation eingestuft. Ihre Symbole sind allerdings verboten. Eingestuft als Terrororganisation ist die Muslimbruderschaft in Ägypten. Wir wissen, Ägypten ist eine lupenreine Demokratie. Ein Student aus Wien sitzt in Ägypten im Gefängnis seit Monaten, quasi untersuchungshaft mit Verlängerung. Er hat Verwandte, glaube ich, in Ägypten die Ware besuchen und man hat ihn zum ausländischen Agenten gemacht. Ein italienischer Student, der ägyptischer Abstammung ist, italienischer Staatsbürger, wurde vor zwei Jahren in Ägypten zu Tode gefoltert vom ägyptischen Geheimdienst. So viel mal zu Ägypten und mit dem Ägypten. Österreich kooperiert sehr eng mit Ägypten, Deutschland übrigens auch. Die Staatsanwaltschaft Graz verneinte in der Vergangenheit auf Standardanfrage mehrmals, dass die offizielle Einstufung als Terrororganisation bei den Ermittlungen eine tragende Rolle spiele, solange die Kriterien gemäß Strafgesetzbuch erfüllt seien. Ermittlungen laufen weiter. Aus Sicht der zuständigen Staatsanwaltschaft in Graz hat der aktuelle Beschluss des Oberlandesgerichts Graz keine Auswirkungen auf das Ermittlungsverfahren. Dieses laufe weiter, erklärt ein Sprecher. Das Landesgericht als Bewilligungsinstanz habe in Bezug auf die Verdachtslage vor den Hausdurchsuchungen anders entschieden, als nun das Oberlandesgericht. Das sei zu akzeptieren. Das Innenministerium kommentiert die Oberlandesgerichtsentscheidung auf Standardanfrage folgendermaßen. Das entschiedene Vorgehen gegen jegliche Gruppierungen, die demokratischen Grundprinzipien, wie beispielsweise das Recht auf Gleichbehandlung oder Meinungsfreiheit in Frage stellt, ist Teil der österreichischen Sicherheitsstrategie. Der Schutz des demokratischen Prinzips ist daher oberste Prämisse der österreichischen Staatsschutzbehörden. Also nichts falsch gemacht. Verdacht genügt. Fahren wir rein. Volles Programm. Einsatzkommando. Bam in der Früh. Kinder schwerst traumatisiert. Aber es ist oberste Prämisse der österreichischen Staatsschutzbehörde. Weiters verweist das Innenministerium auf die Einschätzung der Muslimbruderschaft durch den deutschen Verfassungsschutz, laut dem das Credo der Bewegung unverändert laute, Gott ist unser Ziel, der Prophet ist unser Führer, der Koran ist unsere Verfassung, der Dschihad ist unser Weg, der Tod für Gott ist unser nobelster Wunsch. Denn der deutsche Verfassungsschutz gelte als Benchmark für Verfassungsschutzbehörden. Ja gut, das ist halt ein Credo von religiösen Fanatikern. Ja, ist abzulehnen, aber sind diese Leute, sind die so drauf, die man da bei uns, die Wohnungen und Häuser gestürmt hat? Innenminister Karl Nehammer sprach damals nach den durchgeführten Razzien von einem entscheidenden Schlag gegen die Muslimbruderschaft und die Hamas in Österreich. Auch Integrationsministerin Susanne Raab beurteilte die Operation als Schlag gegen die Muslimbruderschaft. Das Gericht stellte in Bezug auf mancher Beschuldigte außerdem fest, dass ihr Bargeld zu Unrecht sichergestellt wurde. Bei einem Betroffenen betrifft das auch andere Wertgegenstände wie Schmuck, muss man auch wissen. Bei einem Verdächtigen in der Causa verstieß zudem die gewaltsame Öffnung der Wohnungstür durch die Exekutive gegen das Gesetz. Das wird dann wahrscheinlich Einbruch gewesen sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass die sichergestellten Gegenstände automatisch an die Betroffenen zurückgegeben werden müssen. Auch darüber, ob sie für die Ermittlungen weiterhin eine Rolle spielen können, ist damit nicht entschieden. Diese Fragen müssen gesondert geklärt werden, heißt es seitens des Oberlandesgerichts Graz. Zuerst durch das Gericht erster Instanz, das Landesgericht Graz, und erst, wenn es darüber erneut Beschwerden gibt, in weiterer Folge durch das Oberlandesgericht. Für Beschuldigten Rechtsanwalt Richard Soyer ist es eine erfreuliche, angesichts der Sachlage nicht ganz unerwartete Entscheidung. Immer mehr erweise sich die Justiz als Bollwerk gegen eine rechtsstaatlich-defizitäre Regierungspolitik. Laut Rechtsanwalt Andreas Schweitzer, der ebenfalls Beschuldigte vertritt, wurde kürzlich auch per Beschluss festgestellt, dass in der Causa die Akteneinsicht nicht hätte verweigert werden dürfen, wie es am Anfang der Fall gewesen sei. Man hat die Beschuldigten auch nicht in die Akten schauen lassen. Sehr demokratisch, sehr rechtsstaatlich. Angesichts der jüngsten Entscheidung, sagt Schweitzer, die Rechtsstaatlichkeit siegt. Es ist nicht lustig, wenn plötzlich Maskierte mit Sturmgewehren in den Kinderzimmern stehen, schildert Herr O. Wie er die Hausdurchsuchung der Polizei im Rahmen der Operation Luxor im vergangenen November erlebt hat. Die von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnete Razzia in den frühen Morgenstunden hat ihn, seine Frau und die vier gemeinsamen Kinder sichtlich getroffen. O. soll ein Mitglied der Muslimbruderschaft sein. Der Verdacht basiert primär auf einem abgehörten Telefongespräch. Ein abgehörtes Telefongespräch und der Mann, vielleicht irgendwas Falsches gesagt, vielleicht irgendwas gesagt, was aus dem Kontext gerissen wurde, keine Ahnung. Ein abgehörtes Telefongespräch hat gereicht bei dem, dass die Polizei mit Sturmgewehren in die Wohnung stürmt, wo er mit seiner Frau und vier Kindern lebt. Der ehemalige Funktionär einer anerkannten muslimischen Interessensvertretung wurde dabei von der aktuellen Vorsitzenden angerufen und gefragt, ob er etwas über eine 10.000 Euro Spende an den Verein wisse. Seine Antwort, er habe keine Ahnung. Wie sich herausstellte, kam das Geld aus einer aufgelösten Stiftung des ehemaligen Vorsitzenden der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs, was die Grazer Anklagebehörde nicht sonderlich interessierte. Das heißt, die haben sogar gewusst, um was es da geht, aber es war ihnen scheißegal. Noch immer wird gegen den von Clemens Lahnar Vertretenen O. ermittelt. Läuft doch. Läuft doch bei uns in Österreich. Sind wir stolz auf unsere Politik. Sind wir stolz. Aber ich meine, zumindest funktioniert die Justiz dann letztinstanzlich. Das beruhigt ein bisschen. Das beruhigt zumindest ein bisschen.